Soll ich mal bis... Scheiße. Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore Games. Wir gehen jetzt auf den Server. 3, 2, 1... Jawohl, ich bin drauf. Wundert euch nicht über die komischen Texturen. Die sind lustig. Ähm, wo bist du eigentlich? Ah. Hallo. Ich mach den Ingame-Song mal schnell. Leiser. So, perfekt. Ähm... Eisenspitzhacke, hast du schon gemacht? Das ist gut. Ähm... Ich hab hier ganz viel. Oh geil, ich mach mal direkt ne... Äh... Zwei Schwerter. Und... Ich glaub zwei Brustpanzer noch. So, perfekt. Hm... Hier bleibt mal stehen. Ich geb dir was. So. 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 Brauchst du die Eisenspitzhacker oder so? Wo würde die hier... Würde ich dir die geben. Äh... Ähm... So spätig. Das ist cool. Wir sollten... Wir sollten... Warte mal. Wir haben so viel, ich weiß, kein Essen, ne? Deswegen sollten wir vielleicht mal nach oben gehen, oder? Ich geh selber nur nach oben. Ich, äh, werd mir dann mal so'n Schacht nach oben buddeln. Warte mal. Einen Spitzhacker hier lassen. Was hier lassen? Einen Spitzhacker. Ja, hier. Ähm... Ich mach mir jetzt mal... Eine Spitzhacker. Äh... Ich hab mal wieder... Zu wenig Kobbel. Äh... Keine Eisenspitzhacker. Steinspitzhacker. Oh, nee. Also, ähm... Im letzten Part ist ja der, äh... Sound weg gewesen. Das lag an dem Problem, was ich mit meinem Audioaufnahmeprogramm hatte. Sorry, deswegen. So blöd. Und ja. Mhm. Ich grab mich jetzt hoch. Okay, mach was. Ähm... Wenn ich oben direkt Tiere finde, ich töte die ja auch dann direkt. Cool. Also, ähm... Ich denk mal, dass wir auch hier unten nicht lange bleiben. Weil... Mir ist nämlich ein Fehler unterlaufen in der ersten Aufnahme. Aber den werd ich jetzt nicht sagen. Weil wenn... Äh... Noch keiner den bemerkt hat. Dann, äh... Find ich das gut. Weil sonst können die Teams uns auflauern. Und das wär sehr schlecht. Ja, warte. So cool. Wir werden wahrscheinlich auch, ähm... Direkt, wenn wir hier raus sind, uns einen anderen Platz suchen. Wo wir auch, ähm... Direkt ne Höhle haben. Weil... Dieser scheiß Gang hier, der gefällt mir nicht. Und hier können wir auch leichter gefunden werden. Weil ne Höhle ist ja viel größer und... Da gibt es so viele Ecken und so weiter. Mhm. Oh Mann. Bei dir kommt bestimmt grad andauert jemand rein, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, ist grad jemand reingekommen, aber... Warte mal. Boah. Ich hatte grad nen Kollaps. Ich dachte da oben wär Schrift. Aber es kann ja nicht sein, weil nur wir beide auf dem Server sind. Ja. Ich hab ne Schlucht gefunden. Ja, ist die... War da schon wieder drin, oder? Äh... Soviel ich weiß nicht. Oh. Enderman. Uh. Der war genau da drüber, alter. Ich hab mir grad fast in die Hose gepisst. Nein, mein Handy hat grad... Die SD-Karte ist nicht mehr drin. Sind die voll traurig. Ich darf hier auf keinen Fall sterben. Ist der so lame? Wird aber auch, denk ich mal, nicht passieren. Äh... Ich hoffe es auch. Ich mach hier am besten mal so... ...ne Koppelschutzwand hin. Damit ich hier nicht runterfalle. So. Ähm... Wir haben auch hier direkt Wasser. Das heißt, ich könnte ja theoretisch auch schon wieder runtergehen. Nur... Da oben ist noch ganz viel Eis. Soll ich mir das holen? Das ist jetzt hier die Frage. Ja. Ja. Brauchen wir alles nicht. Ja. Besonders für den Eimer oder so brauchen wir Eisen. Und auch für die restliche Rüstung. Ja. Das find ich echt nice. Du kannst den auch direkt abbauen. Du hast den, äh... alles in Spitzsacke. Ja, nee. Einfach, der Sound tut mir... Asinkrote. Sehn Stück. Ähm, was? Ja, siehwens. Ach so, sieh. Ich hab 10 verstanden. Das wäre geil. Also, solche Kiste machen damit siehst du nicht... Ja, macht auch Dreck ein Schild drauf. Äh, ich hab Glück Holz. ist das habe ich noch wollte ja noch ein bisschen ich werde ja sowieso gleich hochgehen so hat mir das jetzt runtergefallen egal machen wir das eigentlich dir später oder als später ich denke mal wir beide teilen uns das so auf also einer von uns nimmt die ihr schwert und einer von uns nimmt ein eisenschwert weil eisenschwerter sind ein bisschen billiger herzustellen die sind ja auch nicht viel schwächer deswegen wenn ich runterspringen hey, Skelett, ich mag dich nicht du bist auch böse alter wie schlecht nicht so ähm, oh nö, da ist noch ein Skelett hallo du Knochenmann so, nice gut hier ist auch noch mal ein bisschen Eisen ähm finde ich gut, dass wir hier Eisen finden ich weiß zwar nicht, wie es bei den anderen Teams aussieht aber ich denke mal, wir haben bis jetzt für Folge 2 sehr viel Eisen ja hier ist noch ganz viel Kohle oh nein, mein Spitzsack ist kaputt was ist das denn? noch ein Pfeil ich denke mal, so viel Kohle brauche ich nicht mitnehmen ähm man kann ja mit 8 Kohlen 64er Stack braten deswegen hm ich bauche immer ein Stack Kohle, also das wird reichen ok gut dann, ähm werde ich mich mal hier hoch bauen oh ne, ich hab jetzt keine Lust hier ist jetzt so ein Scheiß Skelett, wo bist du? Skelett hä? Ach da unten, Hallöchen oh lecken ich glaub der Server leckt grad ein bisschen ist das Gold hier ist Gold ich hab Gold gefunden und den ersten Goldblock den hab ich falsch abgebaut und da oben sind Creeper ok da geh ich nicht hab ich einst vor so ok dann, äh ich hab jetzt 22 Eisenherz also ich denk mal, wir haben gleich beide ne volle Eisenrüstung zusammen der Server leckt echt ein bisschen ein bisschen blöd ja soll ich schon mal Obsidian holen ich bin hier grad fast runtergeknallt, Alter nö, ich lass es lieber bleiben ich darf nie wieder hier so gewagt hier reingehen wo bist du denn? in der Höhle wo bist du denn? in der Höhle und direkt unter mir war Lava so soll ich mal bist Scheiße ich hab vier Herzen oh hast du genug Essen? scheiße ich darf jetzt nicht sterben dass der das Schlimmste was jetzt passieren könnte ich guck jetzt auch immer auf der ich hör'n Mini-Zombie die sind so stark nur ich gehe weg das ist mir zu blöd nein Wincy ist drin nein nein aber die töten uns nicht die wissen ja nicht wo wir sind zum Glück obwohl die könnten ja die Folge angesehen haben aber ich denk mal nicht dass die so blöd sind oh je ich brauche Essen ich kann nicht mit Sprinten ne 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 das ist scheiße wenn ich Sprinten kannst ähm du musst mir gleich mal die Koordinaten sagen ich werd das dann oh wenn ich dann oder ne ne es geht schon klar ich kann schon so hier raus ich wollte nur gucken dass ich ja das ist perfekt gut wo hab ich da oben ist meine Plattform wie ich da wieder hochkomme gut perfekt 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 wenn ich jetzt kein Mist baue komme ich unbeschadet da hoch wehe es schießt mich irgendwer hier runter kann ja immer mal wieder passieren so ich komme ähm hast du zu fett oh ne das ist auch kein Essen mehr ne ne das ist scheiße ich hörte mal halt doch da hinten bist du ähm hast du irgendwo hier ne Kiste hingestellt ne ich hab's nicht genug Holz ach so ich hab's ein Enderman nein greif den auf keinen Fall an der die sind böse und stark mhm boah ey ich hab voll Angst huuuu wir haben auch nicht mehr viel Zeit dreieinhalb Minuten ungefähr ok mhm ich denk mal ich baue mich jetzt hoch oder ja hast du ein bisschen Essen nein deswegen geh ich hier hoch so ok ach ich hab wieder Eisen gefunden ja und ich hab das Eisen was ich aus dieser Schlucht habe in den Ofen gesteckt ja gut ja gut oh Hilfe ich habe echt Angst oh das könnte so passieren ähm falls es wirklich kritisch sein sollte versuch am besten zu sneak ich weil man weiß ja nie ne man sollte ja immer vorsorgen sollte ich mal nach oben gehen und ein bisschen Essen tragen das mach ich grad schon ich hoffe auf jeden Fall dass ähm um nicht Nacht ist oh kann das denn nicht mal aufhören mit den Blöcken ich glaub aber dass äh wie ist die und der andere irgendwie draußen rumlaufen ja es kommt sehr geantwortet soll ich aus dem Eisen was im Ofen was ich hatte ähm ne Rüstung machen zu machen ja mach das der eine ist draußen auf jeden Fall der hat grad Essen geholt anscheinend ey was soll die Kacke leck das aber auch bei dir oder ist es nur bei mir so mhm das glaub ich nur bei dir so also bei mir geht mhm das glaub ich nur bei dir so mhm mhm hast du schon einen Brustpanzer? ja ok komm ich komm voran ich wollte schon sagen hier ist Granit brauch aber kein Schwein weil es nur ein Baustoff ist anscheinend ja auch ach man wie lange dauert das noch ich baue mich schon so lange nach oben bist du immer noch nicht oben? nein oh oh wir müssen runter warum? äh Zeit abgelaufen oh ok falls euch das Video gefallen hat dann schreibt in den Kommentaren vergisst wir warten nicht bis dann und bis zum nächsten mal bei Minecraft Hardcore Games tsch